Leute, ich kenn mich doch hier aus. Wo ist denn hier das scheiße Tor? Äh, au. Das Tor ist echt schwer zu erkennen, vor allem, wenn man brennt. Ach du Kacke, Alter. Warte mal, wollt ihr nicht mit dem Fahrrad fahren? Hol dir mal ein ordentliches, Alter. Ach ja, ich bin blau, welches Leben? Ja, ich bin ein blaues Fahrrad. ChiefOS hat's auch und ChiefOS ist Modeikone. Oh, oh. Ja, einfach durchsprechend. Oh, das sind zwei Hunter, ne? Drei Hunter. Alter, vier Hunter! Ach du Scheiße, ChiefOS! Okay, wir werden easy sterben. Wir werden so easy sterben. Alter, ich bin erstmal irgendwo gegen gefahren. Nein! Kein nix. Warte, ich bin noch weg. ChiefOS. Deine Antenne, hol dir die mal. Upp, pass, ChiefOS. Das will gelernt sein, das Fahrrad fahren. Ich hab's gemerkt, jedem Spiel auf jeden Fall, ey. Adam! Lass mal Fahrrad fahren, was machen wir hier? Nein! Wir müssen hier nach rechts, oder? Oh, nö. Die Lenkung ist ja echt slow. Alter! Oh, links. Äh, opa. Oh, oh. ChiefOS, ChiefOS. Oh, did you do it? Oh, was macht du really über uns? That was legitness. Ich hab bei mir erst 60 drin, Alter. Wow, 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 wow. Alter! Stop it, run! Ich glaub ich mach... Ach, du Kacke, Alter, was war denn das? Hast du denn alles kaputt gemacht? Nein. Ich schieß auch mal kurz, einfach um dabei zu sein. Wow, 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 wow. Dude. Das ist so eine Sache, wodurch man auch Team-Schaden machen kann mit den Teilen. Äh, das ist kein starker Bencher. Starker Bencher. Du bist schon wieder geplatzt. Sag mal, sterbt ihr die ganze Zeit? Alter, Jungs, wo seid ihr? Alter, was geht bei euch ab? Wow, wow. Danke. Okay, meine, Achtung. Drei. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, äh. Oh, lass den sterben. Äh, ich bin ein bisschen tot. Und ich sag's, ich glaube, es lag hauptsächlich an den beiden Benzinkanistern von mir. Scheiße. Und wisst ihr eigentlich, wer richtig edel ist? Die Kanalmitglieder und Patriots. Unterschämstung auf meinen Nacken. Da werd ich mich fett bedacken. Ah, vielen Dank. It's your boy. Immer den Steinkammer drauf. Oh, ich bin so klauen. Lauf. Sei kurzer, schnell. Alter, komm nicht drauf. Geh von unten drauf, genau. What the fuck? Muss ich denn machen? Muss ich denn nicht? Äh. Oh, nö. Okay, die Tür ist offen. Rein, 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 sei kurzer. Oh, mein Gott, alter. Alter. Hast du noch der Tank? Ja, nur noch der Tank. Warte, ich geh aufs Schrufflinde. Alter, man ist so hübsch, Daniel. Da bekommt der Ausspruch Holz-Kopf. Hey. Hey, 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 hey. Wow. Ah, ah. Stop. Come on. Das Geräusch. Dam, dam, dam. Hast du das Stroh dabei, wenigstens? Dann war das noch zu meinem Bröckchen. Äh, ich muss es nochmal aus der Nähe sehen. Zeig mal. Schiefer ist aller sexy. Dein, guck mal, wie rot meint im Gesicht. Da hängt die Pieper raus. Ach, gut. Alter, meine alte Stirn. Gerade so übel. Gib ihm, gib ihm. Oh, oh, Schiefwurst, du bist angeballert. So. Leider, Mr. Shad. Äh. Die ist ja... Nichts gut, ne? Die ist fast in meiner Hand explodiert, ne? Okay, warte, Achtung. Bam. Alter. Ey, man kann ja ultra hart abk... Alles klar, ich bin, äh, tot. Boah, ich weiß nicht, wie wir den Dicken da vorne Platz kriegen. Ich hab volle Idee, ey. Geli, 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 geli. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich schwör, ich mach dich kaputt, lang. Oh, 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 oh. Mach nochmal so eine Rakete, G-Force. Das sieht ja heftig aus. Ey, der hat fokus auf mich. Was soll das? G-Force, ballern aber... Oh, sieht das geil aus. Alter, alter. Was ist mir denn? Arsch geschossen eben. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. In Nürnberg. Vielen Dank.